Wieso, wie sollen wir denn bitte Glowstone kriegen? Glowstone? Indem wir ins Neter gehen, wa? Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu Tech-It-Sky-Blog mit Inbaros. Hallo! So, jetzt hab ich kurz in den Ofen geklickt, obwohl ich das Schwert irgendwie so machen wollte, aber naja. Jo, läuft jetzt wieder wieder. Och, Melonis. Echt? Ja, 1, 2, 5. Alter, krass. 5 Melonis. Ich geh schon mal zum Mobfarm und gucken, was da so abgegangen ist, aber ich kann eigentlich gar nicht viel sein, weil wir gar nicht drauf waren. Ne, da passiert eigentlich in der Regel noch mal, es ist gar nichts. Richtig. Aber, wir haben einen Diamanten da drinne. Ist einer drin? Ja, soll ich den mitnehmen? Hast du es aber nicht hier oben rausgenommen, oder? Na nein, na nein, na nein. Yeah, läuft. So, ähm, genau, was... Was steht... Ja, was steht heute an? Alter. Was? Ist gerade erst mal hinter mir, ist erst mal so ein Viech eingeschlagen. Ja, ähm, ich würde halt sagen, dass wir so langsam mal ein bisschen Richtung Solarpanel und sowas gehen. Hm. Dass wir dann ordentlich Strom haben. Oh, schau dir, Melonis. Aber du hast immer noch den Stern bei dir. Mein Lieber. Was? Oh, ja, hier. Ja, ja, ja. Habe ich dabei, ja. Ich hab's gesehen. So, ne, ähm... Dass wir in Richtung Solar gehen und dass wir dann eventuell uns auch mal ein Jetpack bauen. Ja, bitte, lass es mal machen, ey. Das würde ich eventuell vielleicht jetzt sogar schon anstreben, was wir schauen, was wir jetzt alles brauchen. Ich gucke auch gerade schon. Welches Jetpack... äh, wir nehmen aber das Electric, ne? Electric, ja. So, dafür brauchen wir... Closedone. Closedone, das. Und... Ah, das ist... Badbox geht eigentlich schon ganz klar. Ich weiß nicht, wie wir mit der Re-Battery klarkommen. Ich gucke mal, Re-Battery. Das passt. Was? Was? Re-Battery? Okay, was? Die Badbox. Achso, ne, das geht schon. Das ist kein Problem. Warum bloß Zinn und so'n Scheiß? Äh, Zins... Äh, vier Zins, zwei Redstone und ein Copper-Cable. Das kann ich machen. Okay, ähm... Warte mal hier, Copper-Cable habe ich ja noch ein paar. Hast du? Warte mal, warte, ich brauche es selber noch. Warte. Du brauchst jetzt quasi sechs Dinger bauen, ne? Sechs, ähm... Sechs Batterien. Ich muss... Ja, ja. Ähm... Silber, Wolle... Re-Battery. Den haben wir hier noch ganz viel. Ja, ja, das haben wir noch ganz viel. Ja, das haben wir noch viel. So, Re-Find Iron haben wir. Du baust die Badbox, ne? Ja, ja. Okay. Dann mache ich mir das Elektronik-Circuit. Re-Find Iron haben wir zwei Stück von... Gut, haben wir noch... Haben wir denn noch Redstone, ne? Oh, einen nur noch. Ähm... Okay, das Stab ist drin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Haben... Dann haben wir aber gar keinen... Okay, warte, ich muss erstmal kurz... Hast du den Stab gerade, ja? Ja. Ich hole mir gerade ein bisschen... Ja, mach mal da nochmal einen Zinn, bitte. Oh, warte, den habe ich jetzt zwar zu weit weggeworfen. Äh... Da nochmal einen Zinn. Ach, Alter, ich kann nicht werfen. Oh, ich habe... Los! Warte mal hier, mach selber. Mach selber, ich kann das auch. Ja, ich weiß. Deswegen kannst du das selber machen. So. Ja, ja, ja. Ähm... Ja. Ich... Ja, ich scheu jetzt gerade. Weil jetzt brauche ich nämlich auch noch ganz komische Sachen. Ich brauche jetzt nämlich noch Glowstone-Dust. Ja. Und ich brauche noch Lappes-Lazuli. Das haben wir nämlich, glaube ich, beides noch nicht, ne? Äh, ich glaube nicht. Ich glaube nämlich auch nicht. So. Pass auf, also Glowstone hat 384. Wir brauchen ja bloß einen zu generieren. Okay, was brauche ich denn jetzt noch? Komm, packe... Ach, äh, Redstone brauche ich noch. Ähm, wie viel? Hast du noch Redstone? Äh, ich brauche, äh, zwei... Zwei für einen. Also brauche ich zwei. Ja, ich schmeiße dir... Ja, ich schmeiße dir mal Viere zu. Und muss dir halt wirklich einmal herstellen. Ja, ich mach mir nochmal welche. Dein Zinn liegt im Übrigen noch da. Ja, hab ich gerade auch gesehen. Da vorne. Oder Kiste. So. Ja, 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 ja. Ähm, was hat das jetzt gehabt? 384. Ich hoffe, es funktioniert so. So, so, so. Hey! Okay, reicht noch nicht. Und hier bei... Ich brauche noch mehr... Keine. Noch mehr Kobelinos. Einen, zwei, drei für den einen. Eins. 384. Zwei. Drei. Oh, ich habe ein bisschen zu viel Zinn gemacht. Ist nicht so schlimm, brauchen wir sowieso alles noch. Aber brauchen wir ja eh noch ein bisschen was. So, die Re-Batteries haben wir. Und es kommt kein... Was war das? 384. Ach, ja. Äh, Jett. Bitte? Es kommt kein Glowstone hier rein. Äh, jetzt brauche ich... Haben wir noch... 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 Wie sollen wir denn bitte Glowstone kriegen? Glowstone? Indem wir ins Neter gehen, wa? Oder? Oder den großen Glowstone, der hat 1536. Hm. 1536. Wie viel hat der Stab gerade noch? Ich weiß gar nicht. 10.000. Ein wenig viel. Wie viel? Das ist ein bisschen viel, 1000. Hat der noch? So, weil wir nicht ein Packet jetzt da draufschmeißen. Was hat jetzt das große Glowstone? Warte. Hi. 1536. So, wenn ich jetzt den Bucket mit da reinschmeiße... Bin ich bei 1400. Voll konzentriert gerade. Ja, ich auch. Ich versuche jetzt gerade, das für uns Glowstone zu machen. Ja, ich hab die Badboxen jetzt. Sehr schön. 1400, was war das jetzt? Was für was? 1536. 1536. Da kriegst du dann, wenn du den in den Messerator packst, kriegst du vier Stück raus. Kann ja noch mal gucken, ob schon mal ein neuer Dia da ist oder so. Ich hoffe, ich hoffe, dass es da noch geht. Na klar. Na klar. 1536. So. So. Ah, ist noch nicht da. Noch nichts da. Aber ich kann hier noch einen Augenblick kurz stehen. Ja. Und dann haben wir dir. Ja, jetzt haben wir die ganze Cobblestones, hab ich jetzt zu verbraten da hinten. Was? Das kannst du nicht machen. Ja doch, weil ich brauch 1536 EMC. Nein, geht auch nicht. Was? Geht nicht. Ich krieg keinen Glowstone. Nicht? Hä? Auch nicht, wenn du... Also das heißt, wir müssen ins Neta. Geh ich mal stark davon aus. Wo ist denn das überhaupt? Ich hab hier noch gar keinen Portal. Kriegst du Obsidian denn? Ähm, was soll Obsidian für Dings? Obsidian 64. Ja, das müsste ich denn nicht kriegen. Aber glaub, dann pack ich das Zeug jetzt auf dem Stick drauf und gut ist. Ja, weil... Jetzt hätte ich fast den Stick ins Feuer geschmissen, Alter. Wen? Ich hätte jetzt fast den Stick ins Feuer geschmissen. Den ist damals. Den ist damals. Alter, nein, tut das nicht. Ey, wir haben schon Obsidian. Wir haben schon zwei Obsidian. Ja, dann brauchen wir nur noch ein bisschen was. Aber dann können wir das Portal hier hinten dann hinbauen. Ja, hinten bei der Monster-Farm würde ich sagen. Oh, jetzt hab ich gerade... Ja. Jetzt hab ich gerade automatisch... Würde ich sagen. ...die Kiste sortiert. Ja, das macht ja nichts. Das macht ja nichts. So. Ich schmeiß jetzt erstmal ein bisschen was rein. Mhm. Dass ich erstmal wieder ein bisschen... Überblick über mein Inventar habe. Ja, ja. Ich hab nicht so viel dabei eigentlich jetzt gerade so. Aber es wird schon wieder Nacht. Wo der Oben ist schon ein bisschen was gewachsen. Müssen wir gleich auch nochmal gucken. So, also acht Obsidian. Ja. Oder acht brauchen wir, ne? Fürs Portal. Äh, drei mal drei mal vier, ne? Ne, ne, warte mal. Drei. Also drei breit und vier hoch. Also sechs, zehn Stück. Zehn Stück, ja. Die sind hier alle runterfallen. Oh ja. Da steht ein Enderman drin und Enderman haben so schöne Füße und ich möchte ihn gerne hauen. Aber trau mich nicht, scheiße, jetzt hab ich die. Jetzt hab ich, glaub ich, was kaputt gemacht. Was hast du, was hast du kaputt gemacht? Nein, don't look at me. Oh shit. Sind denn Steals 260 oder 4? Haben wir noch so ne... Oh! Hau auf mich zu schlafen. Was haben wir noch? Was machst du denn? Haben wir noch so ne Oron, äh, so ne pinke Pipe? Ähm, so ne Obsidian Pipe? Ja. Warum hast du eine kaputt gemacht? Nein. Niemals. Ähm. Der Enderman ist zu schwer gewesen und der hat sich darauf gestellt und dann ist sie kaputt gegangen. Ähm, nein. Dann haben wir keine mehr. Oh, 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 ne, ich hab sie, ich hab sie, sie sich hier drinnen. Okay, so ne, sonst hab ich jetzt welche gebaut. Nein, alles gut, alles gut. So, der Enderman hat 4 EMC. Alter, kann der Enderman da mal weggehen? Ey, du Topia Enderman, gut sieh. Na aus dem Weg, ich muss da arbeiten. Ich muss da arbeiten. Ich muss da blödes Spinner auf dem Dach. Ey. Ich kann den da nicht hinsetzen, weil der Enderman da steht. Das ist natürlich super. Iron haben wir auch nur noch refined Iron. Ha, ich bin nicht tot! Holy shit. Ich hab' gar nicht gemerkt. Mein Herz, Alter, Junge. Ja, hinten an der Mobfer musst du echt aufpassen. Oh. Ja, die, vor allem, die schießen die mal weg, ey. Blöde Spinne. Voll brutal, ey, Junge. Blöde Spinne. Oh, kann der Enderman mal bitte weggehen? Mann, oh. Mag das nicht. Ja, geh kaputt, du scheiß Enderman. Ich hab'n grad gehauen. Du hast ihn gehauen. Aber ich komm' aber nicht mehr ran an ihn. Ja, von hier kommst du ran. Warte, geh weg. Ich hab' ihn gehauen. Rot und Enderperle eingefaugt. Sehr schön, ist er tot. Yeah. Sehr geil. Ich bezieh' die... Aua. Ich möcht' da... Ah ja, sehr, sehr schön. Pass auf dein Leben auch, ne? Jetzt bin ich mir wieder schließen, so. Oh yeah. Ja, ja. Ein neuer Diermann hat das Licht der Welt erblickt. Ich hab's gesehen. Hab' ich mir den. Ein neuer Dier. Aufwärter herzulaufen. Aufwärter herzulaufen. Ein neuer... Willst du nur den... Boah, guck mal, die ganzen Melonen. Boah, was geht denn hier ab, hey? Melonen läuft. Melonis. Wir können... Wir machen die Melonen-Party. Yeah. Melonen-Party. Aha. So. Ähm, jetzt muss ich mir noch ein Feuerzeug machen. Also, ich wäre jetzt eigentlich... Fertig, um ein Dier-Partal zu bauen. Wo wollen wir das hinbauen? Ja, warte, gib mir mal eben den Star, bitte. Hab' ich schon wieder dabei? Oh ja, hab' ich schon wieder dabei. Ja, klar, den hast du immer dabei. Was ist das für eine Frage? Ja, ich bin schon. Dann hau' ich da nämlich nochmal den Dier mit drauf. Zack. 19.000 läuft. Ähm. Dann kann ich mir ja nochmal ein bisschen Kabelstone rausholen. Ja, das sowieso. Ich... Brauchen so ungefähr so viel. Okay. Und dann packen wir den Star wieder, wie sich das gehört, hier so rein. Und dann, würde ich sagen, gehen wir erstmal eine Runde schlafen. Aber diesmal mein Bett. Ja, genau, wir haben ja von den Bitten aus gesehen vertauscht. Ja, ja, ich trinke mal eben professionell Wasser. Ja, mach' ich auch immer, aber du hast ja die Kammern. Äh, die Kammern. Hehe. Hm, hm. Hm, hm. Mund voll so. Ich würde sagen... Schau mal, wie die da oben stehen. ...das... ...le Portal können wir eigentlich ganz gut hier so hinbauen. Hier. Hm, hm. Wäre ich dafür Hast du Baumaterial dabei? Ja klar Ich muss nur aufpassen Was? Ich hab grad irgendwo nen Enderman hingebeamt Ja hab ich gehört Aber bitte nicht mich töten Aber warte vielleicht Vielleicht muss ich erstmal gucken Dass ich die Badboxen äh Zuhause lasse Ja Ein bisschen besser Und bring eventuell werden wir noch ein paar Slaps mit Slaps 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 möchtest du haben? Ja Slaps Ja komm her ich kann ja eine Slaps Ahhhh Ähm Bababababam Äh Bababababab Wir haben keinen Platz mehr Nee ich will jetzt ähm In der Zeit wo du jetzt die hinten da baust Will ich gleich mal noch ein bisschen die Kisten umräumen Dass wir dabei langsam mal ein bisschen die Struktur reingegen Weil es wird ja immer mehr und immer mehr Und irgendwann haben wir überhaupt kein Überblick mehr Ja klar hier ist auch voll die Struktur Ja ich seh's Alles in die Kiste Alles in die Kiste Wenn sofort ist wird die nächste angefangen Ja Hier das Endeauge Das können wir doch voll auf dem Stick aufladen Jo Warte mal hier wenn der gerade was auf dem Stick auflädst Ja gib her Alles her Ja Oh Fleisch Ja 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 ist aber Rotten Flesh Ja das ist das mag ich nicht So Ähm haben wir denn hier noch Holz Ich hab Holz Ich hab Holz Ich hab Holz Maust du welches? Ja Da Da Achso Cool ich hab schon wieder ein neues Archivment Getting Wood Ohohoh Respekt Respekt Getting Wood So Und jetzt Ich bin das total gewöhnt von Minecraft Dass du Alles ziehen kannst Das ist so ätzend dass das Dass du alles ziehen kannst In deinem ähm Deine Crafting-Leist Ja Ist so zum Kotzen dass das hier nicht geht Es ist echt so ich bin da auch mega dran gewöhnt Das ist echt mega ätzend aber Was soll man machen ne Gehs halt so Das Schöne ist hier gibt's noch nicht diese Sperre mit den ähm Mit den Kisten Dass du Die Kisten nicht übereinander stellen kannst Ja kannst du sonst auch übereinander stellen Nein dann gehen sie aber nicht dann gehen die untersten immer nicht auf Genauso kannst du auch die oberste Kiste direkt unter die Decke nageln Echt? Echt? Es spart natürlich Es spart natürlich Ungeheuer viel Platz Platz Allerdings So Das sollte doch reichen oder für das Portal Ja ich seh's Mach mich ich seh's gar nicht Ja ich Ich baue hier nochmal eine Reihe nebendran überall Oha ich glaube Hast du Slaps mitgenommen? Äh nö ich kann aber welche machen Ja dass wir doch noch Slaps rum draufhauen Nicht dass uns das soll ich umspauen Ne ne ich hab genug Cobblestone dabei So Alles gut genug dabei So Äh 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 Mh 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 So wie ich sagen machen wir das oder? Hä? Warte ich komm Ja ja Guck dir das an Ähm Das schaut Guckst du Guckst du Guckst du guckst du Guckst du Mach mal aber jetzt hier mal Guckst du 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 Da Und dann mach mal Erze Ich mach mal eben ein bisschen essen Erze Da Genau So dann machen wir jetzt mal hier Hier machen wir auch noch Schild hin Technik Ja Ja aber das Wetter war einfach so geil Ich war den ganzen Tag draußen Es war super sonnig Ja bei uns auch Und einfach mega geil Dann kam ich gerade rein Vom Grillen und so Voll gefuttert und Jetzt sitze ich hier Hier schau mal ich habe jetzt aufgeteilt Also wir haben jetzt links Haben wir jetzt vier Kisten für Koppel und Holz Also Koppel und Holz Sachen Dann rechts seitdem kommen die ganzen Erze rein Und dann um die Ecke rum Haben wir links die ganzen Technik Sachen drinnen Und rechts haben wir noch zwei Kisten zur freien Verwendung Sehr schön Würde ich mal so sagen So Hast du die Zeit im Auge? Ja Wir müssen jetzt langsam abmoderieren Okay weil dann würde ich nämlich sagen Gehen wir nämlich erst im nächsten Part in den Detail Würde ich auch so sagen Und ich habe hier nochmal eben ein paar Brote gecraftet Wenn du welche haben willst sag Bescheid Aber auf jeden Fall würde ich sagen Das war's für diese Folge Tag Kit K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-Blog Wenn es euch gefallen hat Lasst eine positive Bewertung da Schaut beim Chris vorbei Unbedingt schaut da vorbei Link ist unten in der Videobeschreibung Abonniert seinen Kanal Falls ihr mehr sehen wollt Ja mal auch ganz geile Videos Und ähm Ja dann würde ich sagen Vielen Dank fürs Zuschauen Bis dann Tschau Und Tschüss